Du siehst doch, du siehst doch die Annäherungsknien da sogar selbst durch die Wand. Ja natürlich, aber ich dachte, ich konnte durchlaufen, weil die Sentry Gun, du machte den Traitern auch nichts. Und wenn du dann sagst, komm, 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 dann dachte ich, ich kann da durchlaufen. Kommunikation, sechs Minus. Achso, die Map. Ist das eine neue Map? Ja. Also da ist mir der Grand Bart als Mit-Traitor lieber, der macht wenigstens nicht solche Faxen. Das ist genauso unwissend wie ich. Hier kommen gar keine Autos. Ja, die siehst du nur als Innocent, Mucca. Genau. Okay. Dann ist es ja blöd, dass ich Detective bin. Doch, die kommen als, da kommt. Kam da eins? Ja. Der kommt. Okay. Okay. Ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Kann man hier überfahren werden oder was? Ja. Wie, hier gibt es Autos? Ich bin in der Scheune. Genau, die Scheune, die ist ein bisschen außerhalb, da gibt es nur einen Weg daraus. Die Scheune ist doch der Traitor-Spawn, oder? Hab ich auch gehört. Schade, dass ich Innocent bin. Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Ja, wenn ich sterbe, ist es Krantelbar. Fabi? Wenn ich sterbe, ist es Quizix. Ey, ich bin Detective. Fabi? Quizix schmeißt eine Granate nach mir. Das weiß ich. Nein, wer dann? Der Weihnachtsmann oder was? Ja. Fabi? Ja. Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Wie weit wurdest du weg von Nürnberg? Unbedingt eins in die Schuhe. Ich glaube, der Tudu ist tot. Ja, ich glaube auch. Tudu? Oh, wie hoopt der? Was ist das für einer? Ich glaube, der Tudu, der müsste mitgenommen werden. Hier, nehmt den Tudu mit. Irgendwann auf der Gamescom sehe ich euch alle und da ohne Scheiß, gibt's Schmerzen. Na, Krantel, geht's dir auch so gut wie mir? Verdammt gut geht's mir, verdammt gut. So, es lebt. Da hinten leben noch zwei Leute. Fabi lebt noch da hinten. Meine idiotische Durreis. Das war eine Smoke-Denate. Sicher? Ja. Kevin, komm mal. Mit wem ist Fabi gespawnt? Fabi ist ein Traitor. Muss ich das mit E machen? Kevin, du darfst Fabi töten. Zu spät. Aber du dürftest den Toten. 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 Fabi. Ja? Hinter dir. Muss nachlaufen. Muss nachlaufen. Muss nachlaufen. Muss nachlaufen. Krantel war der Red Bear einfach die ganze Zeit hinterher und ich warte an der Ecke auf ihn. Ich glaube, du, du warst der zweite, oder? Ne, ich war, oder? Ne, ich war Immersand, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie ist denn Quizzix geschlagen? Ich weiß es. Das ist schon wieder verdrängt, ne? Kevin hat mich eiskalt abgeschossen. Ja, und ich hatte recht, ja? Ja, hattest du. Wie kamst du drauf, Kevin? Er hat eine Granate auf mich geworfen. Ich dachte, holy shit, das ist eine richtige Granate. Das war eine Smoke-Granate, ne? Ja, das habe ich aber zu spät gesehen, aber. Also, du hast auszusehen den richtigen gekillt. Genau. Sagen wir es mal so. Die ist direkt auf mich zugeflogen. Ich dachte, holy shit. Wow, danger. Spann da rein. Der Narsganner. Okay, ich geh mal rein. Man, wieder ohne ist innocent, verdammt. Kommt der mal hier runter zu mir. Ah, der schießt! Äh, eh, Tudu. Okay, Tudu ist es, Tudu ist es. Leck mich doch am... Scheiße, ey. Ich hab nur... Wow, der wurde mitgenommen. Ich hab Angst. Muka. Das ist Tudu, ne? Sag, sag bitte du bist... Wer ist es jetzt? Wer ist es? Also, Tudu auf jeden Fall. Wer lebt noch? Glantelbart und Kryzik sind hier. Ich lebe noch. Und Fabi. Tudu ist... Tudu ist... Ich bin Detektiv. Aber ich bin unten im Keller und komme nicht raus. Da gibts eine Leiterung. Kevin, wo bist du? Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Wenn ich sterbe, ist es Fabi. Hier ist Fabi und Glantelbart. Muka ist hier. Ich hab auch ne andere Waffe. Kevin, wo bist du? Unten im Keller. Hast du Healing Station dabei? Hier ist Fabi. Nein, aber ich kann ihn nicht kaufen. Wer lebt jetzt noch? Nochmal bitte. Wiederholen. Ich lebe noch. Ich bin Fabi. Fabi. Muka und? Kevin. Ok. Gantelbart. Und Tudu. Ne, Tudu ist rot, ne? Gantelbart! Gantelbart ist bei mir! Das Fabi ist bei mir! Was? Ich hab grad nen Traitor getötet. Du bist aber rot. Warum bist du rot? Gantelbart ist es. Ich bin es überhaupt nicht. Ich stehe vorne und schieße dich an. Ja. Geh weg. Fabi ist es. Ich bin's nicht. Muka ist es. Fabi war eben. Fabi hat sich eben genauso verhalten. Kevin, komm bitte zum Gun Shop. Bitte bitte. Oder Muka ist es. Genom. Ich glaube, Gantelbart ist es. Ich glaub, Fabi ist es. Nein, Fabi ist es. Wow. Der hat mich schon längst weggetötet. Wer hat da geschossen. Wer hat da geschossen. Hier ist Kevin. Kevin. Kevin ist direktiv, okay. Kannst du ne Heel Station kaufen? Jo, ich hab eine. Heel mich bitte, heel mich bitte. Stell die mal im Waffen-Shop. Kevin, bitte. Kevin, bitte. Kevin, bitte. Quisic ist safe. Ah, ich hab nur nen Medikit gekauft. Quisic safe. Ja, ja. Dann heil Quisic. Wird ja alle von mir. Wieso soll Quisic safe sein? Weil der einen Traitor getötet hat. Ne, ich glaub das nicht. Kevin. Wenn ich sterbe, ist es Mooka. Wenn ich sterbe, ist es Mooka. Kevin. Ich hab doch gerade Turu getötet. Ich hab's gesehen. Der hat den getötet. Ja, okay. Einen Schuss brauche ich nur und dann bin ich tot. Wow. Kevin, die. Kevin, ist es. Ja, bloß. Ich will aber nicht, dass wir alle hier so in einem Raum stehen. Mooka, ist es. Komm Quisic, wir gehen. Alle lagen mich. Fabi, ist es. Ich bin's nicht. Fabi, ist es. Krantel, Krantel, Krantel. Er hat auf mich geschossen. Ja, weil du es bist. Hey. Mooka ist es. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Du hast was geworfen. Ja, Explosivpass. Mooka ist es. Mooka. Töte ihn. Töte ihn. Mooka. Ich hab nichts gemacht. Ich hab den. Ey, ich hab nicht geschossen. Geht weg von dir. Trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Hahaha. Nice. Wahnsinn. Ich hab keine Muni. Boah, wie Mooka mich erst mal weglocken wollte mit meinen 1 HP, ey. Mooka die Sau, ey. Dann easy kill. Ich hab ne Süßigkeit für dich. Komm mit. Oh, ich bin. Was macht man hier? Oh, schön. War nicht in der Scheune gespawnt. Was passiert hier in diesem? Danger. Tester can kill. Ah. Nevermind. Ich bin bei der Scheune gespawnt. Ah. Ich bin. Ich bin innocent. Ich hab mich getestet. Ich hab grad einen DNA-Test gemacht bei mir. Ich bin unschuldig. Immer. Habe ich ehrlich? Ich bin mal Traitor-Tester. Ey, Tudu. Wie konntest du eben eigentlich sterben? Äh. Wie bin ich gestorben? Ja, aufgrund negativen Aim-Kills. Oder war das die letzte Runde? Ich weiß es gar nicht mehr. BAM. Ich bin einfach du stinksauer und will eben ne Faust in die Fresse schrecken. Kevin hat mich beworfen mit ner Granate. Ne, ne, ne. Duh. Ich bin Detective und du gehst nicht vor. Ne. Ah ja, du bist Detective. Okay. Oh. Oh. Wo sind Autos? Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Da ist grad jemand gestorben, glaub ich. Wer läuft da hinten? Gruntl. Der Kevin, der Kevin stand neben einem Explosivfass. Gruntlbad, Gruntlbad ist es. Gruntl. Es ist unfassbar wie viele die scheiß Detektives aushalten. Identifizier den mal. Pass auf, Maute, komm! Ja. Hier muss irgendwo Kevin, da die Kevin. Raus, raus. Quisic, raus. Ja. Raus. Aber da war der Toto. Quisic geht raus. Wieso das denn? Achso. Ja, weil ich jetzt... Achso, er ist Detektiv. Da war ja was. Goddamage. Wer ist das denn? Wer lebt denn jetzt noch? Ich lebe es einfach mal, weil du mit geschossen hast. Lebt jetzt nur noch einer, oder was? Dann da draußen. Quisics und ich lebe. Ich bin safe. Ich hab Kevin getötet. Genau. Kann ich auch sagen. Dann ist es Quisics. Dann ist es Quisics. Ja, Mucca oder Quisics. Hinter uns, hinter uns. Quisics. Aim wie ne Schlampe hab ich und bin tot. Alter, das gibt es doch nicht hier. Ver... Windetenarsch. Bars, Granaten. Und was soll ich denn sagen? Der Scheiß Detektiv, Alter. Muss der eine Milliarde Leben haben. Das ist echt... Ohne Scheiß, das ist kein Spiel für mich, ey. Aaaaah! Nein! Nice shirt, Alter. Das war schön. Ihr könnt ja auch warten, dass ihr irgendwann stehen bleibt und dann einfach den... in den Kopf schießen. Was bin ich denn geblieben? Hallo Kevin Kevin? 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 Kevin ist Traitor, er macht nichts Hallo, lass doch mal die Türen rufen Ist Kevin abkam? Ja, der ist abkam Wieso spawn ich immer hier hinten? Das kann doch nicht wahr sein Ja genau, mit der Pistole sogar nur Intervallschüsse, ey Kevin ist für eine halbe Stunde essen Woher weißt du das? Das kann nur Traitor wissen Ja, das ist nur Traitor Kevin ist aber Detektiv Also ich bin innocent Ich auch Ups, du hast eine Granate weggeworfen Warum, warum Ich schub sie nach vorne, bis ein Auto kommt Du musst Wenn ich sterbe, ist es Mucca Mit Case-Click Wenn ich sterbe, ist es Mucca Wenn ich sterbe, ist es Mucca Warte, das hat einen Cooldown Jetzt habe ich dich geschubst Warte, lass mich als nächstes Boah, Alter, dieses rote Auto, ne? Warte, das muss ich Wie kommt man denn von der Scheune weg? Ja, Kevin Hast du nur letzte Worte zu sagen? Nein, er ist witzig Er ist witzig Er hat mich schon gekillt hier, was macht ihr mit mir? Er hat mich schon gekillt hier, was macht ihr mit mir? Du bist vor ein Auto gelaufen Fabi ist es, Fabi ist es, Fabi ist es Ich hab doch nicht das Fässer kaputt geschossen Ja, warum? Warum hast du Gewalt auf Fässer? Ah Kevin, warum? Ich hab den Fahrer rausgeschossen Quisig hat den Fahrer abgeschossen Fabi, Fabi Ja? Quisig, Quisig Ihr seid alle Grantl, Grantl Lebst du noch, Tudu? Ja, ja, ich hab jetzt erstmal aus der Scheune rausgefunden Du Sau Wollt ihr eine Klare? Ah! Ah! Ich schubs dich vor das Auto Junge! Wow, Grantl Ey, da hat jemand nichts mit der Hand geworfen Wieso ich? Du hast gerade was geworfen, ich hab's doch gesehen Hey Wer war das? Wer war das? Das war eine Feuergranate Der Grantl hat die geworfen Nein Doch, ich hab's gesehen Junge! Ich bin da gerade rausgekommen und mir fliegt die Granate aus deiner Hand entgegen Wenn du sicher bist, ne? Wenn du sicher bist Dann komm mal mit, dann komm mal mit Wenn du, wenn du das nicht warst, dann komm mit Ja Vielleicht hat er das ja aus Spaß geworfen Hinter dir Da oben ist einer am Fenster, am Fenster Ja, aber wir haben gesagt, die Feuer... Wohin soll ich, wohin soll ich Wir haben gesagt, bei den Feuergranaten verstehen wir keinen Spaß Oben am Fenster kann einer an der Feuerkran Da hat schon wieder eine Feuergranate geworfen, am Fenster hat das einer geworfen Ich dachte doch, ich war das nicht Grantl, Bart, komm mit Ich geh, ich geh suchen Ich geh rein Ah! Oh, Kevin Grantl, Bart ist hier bei mir Du, du Was? Wo? Wer? Grantl, Bart Hier Ich vertrau dir auch nicht Fabi, 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 Fabi ist es, Fabi ist es Das kann eine Mucca sein Fabi ist es, 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 Fabi Wieso? Du warst der Einzige, der am Nächsten hinter der Bombe stand 100%ig Wo war denn die Bombe überhaupt? Ja, weißt du doch, du hast sie geplatziert Komm mal jemand mit, ich hab sie nicht platziert Komm mal jemand mit Ich trau hier keinem Komm mal, komm mal mit Fabi ist es Töte doch Fabi jetzt Ich bin's nicht Fabi ist es Warum will Grantl, dass jemand getötet wird? Weil er das war Fabi ist es Fabi ist es Ich bin's nicht gewesen Ja, was eine Scheißfratze Schon allein deswegen müsste ich dich umbringen Ich hab wenig, ich hab wenig lehnen Also Golden Gun Stimmt ab, wen muss ich beschießen? Gib die Fabi und der soll Grantl Bart beschießen Okay Okay, Fabi, wo bist du? Ja, bin ich dafür Wo ist er? Hier Da liegt die Wen soll ich abschießen? Los Fabi, schieß mich ab Los, sterben Grantl Tu es Tu es Tu es und stirbst du Bleib stehen, bleib stehen Guck mal, er will sie dich aufnehmen Guck mal, warum nicht? Warum will er dich aufnehmen? Ich weiß es nicht Fabi ist es Fabi ist tot Fabi ist tot Warum schießt du dich an? Tu du Achso Verdammt Ich dachte Boah, wir sind ein Zwickfühler, Alter Ja, das war jetzt echt scheiße Ich habe euch tatsächlich die Innocent geworfen Übrigens, Gini Ich weiß Ich weiß, aber mir glaubt ja keiner was Aber nur just for fun habe ich sie geworfen So geil, so geil Mir glaubt ja keiner was Das war wohl die Zwickmühle, Mann Mensch, Mensch, Mensch Die Leute anfangen zu zögern Wow, hier drin ist alles voll Oh, schon wieder Scheune, leck mich doch Ich bin jetzt einmal nicht in der Schöne gespawnt Ey, geil, nimm... Oh, nein Boah Das sah geil aus Hier, müssen wir so eine Wassermelone nehmen und die auf den Boden werfen Die macht so ein Guck mal, das Auto brennt gleich, wenn ich vorbeifährt Nein Was ist explodiert? Meine Wassermelone ist explodiert Hier, nimm mal die und werf die mal auf den Boden so Lass die mal einfach fallen So und wieder von der Scheune weglaufen, weil es ja so viel Spaß macht, so weit zu laufen Deswegen spiel ich auch Daisy so gerne, weil man so viel laufen kann Ja, ich auch Ja, und Altes Life Ja, genau, genau Altes Life geht ja, da kannst du wenigstens teleportieren Ne, ich spiel das nur dann, wenn der Aufschließbug ist, damit man laufen muss Dann spiel ich nur Altes Life Echt? Du kannst dich teleportieren bei Altes Life? Ich kann es nicht Hä? Teleportieren, wenn der Aufschließbug ist Hab ich gesagt Nach Kavala, nach Attira Wer schießt denn da? Fabi schießt, Fabi hat auf mich geschossen Ich hab's gesehen Fabi hat auf mich geschossen, Fabi hat auf mich geschossen, er ist der Traitor, schießt ihn Ja, ist es definitiv Hab's gesehen Confirm ihn War er's? War er's? Confirm ihn Ja, mach mal Halt mir den Rücken frei, wenn ich sterbe Ja, hinter dir ist nur der Detektiv Er war innocent Da oben ist noch einer, ach das ist Kevin Kevin schießt auf mich! Tutu ist es, Tutu ist es Kevin schießt auf mich Ich bleib hier stehen Ich sag doch Confirm ihn Confirm ihn, ich confirm ihn Nein, Tutu soll's Nein, Tutu Moment Siehst du? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Mucca lebst du noch? Mucca What the fuck? Du bist ja Oh man ey Nein! Scheiße Mucca, du Bastard Der scheiß Mucca hat auch nichts gesagt Er sagt, so gut, als ob er stirbt und er tot ist Hab ich auch schon gedacht, er ist tot Wow Ich glaub, Krantelbad mag mich nicht Man Tutu bei Traitor Jo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part Haut raus!